Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest unergründliche Macht anzunehmen bei solchen Erfindern Mavillet in Mandraxus an dieser Position. Forquest war eine Smark-Grafenwürdig. Nun darf man sich hierhin begeben. Ich werde einfach den Fluchtpunkt hier nutzen und hierhin fliegen. Solltet ihr den nicht haben, müsst ihr einfach hier entlang laufen und hier hoch und dann geht es hier nach rechts. Dann kommt ihr auch dahin. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquest oder Folgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung. Da habe ich euch mehrere Videos verlinkt, in denen ich Questweilen am Stück aufgenommen habe und der Wanderung Klinge des Primus, wo auch diese Quest dazu gehört, mit den ganzen unteren Folgern. Außerdem habe ich in den entsprechenden Videos in den Beschreibungen, die Zeitpunkte angegeben, an welchen Stellen ich welche Quests angenommen habe. So könnt ihr ohne langes Rungeklicken direkt zur gesuchten Quest springen oder zum gesuchten Unterwerfer folgen. Hoffen wir mal, das hilft euch weiter. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Könnt ihr da auch gerne vorbeischauen. So, hier angekommen, darf man auf diesen Punkt laufen und den Hinweis gebe ich immer wieder. Solltet ihr den nicht sehen, ist vermutlich eure Grafikeinstellung zu niedrig. Beziehungsweise wenn man auf den Punkt läuft, bekommt man diesen Extra-Knopf, solltet ihr den nicht sehen. Verhindern vermutlich Addons die Einblendung oder ihr seid vielleicht in einem Schlagzug. Sollte es so aussehen wie bei mir, dürft ihr ihn einfach klicken. Jetzt läuft noch ein kurzes Video ab. Normalerweise sollten hier die Wunden nacheinander aktiviert werden, das ist aber anscheinend noch verbuggt in der Beta. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Quest ist abzugeben bei Baronin Draka in Maldwaxus an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Weiterhin wünsche ich euch einen schönen Tag und gutes gelingen. Eizio, okay? Und eh...